Deutschland ist so Deutsch! Wie viele Zuschauer treffen oder halt beziehungsweise Autogrammstunden macht eigentlich Knossi, wild unterwegs... Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Der macht jetzt hier irgendwo rum. Der liegt da. Da ist er! Der liegt da! Das war geil! Geil! Geil, dass er das reingenommen hat! Ist das ein Noob? Halt! So totgeprügelt! Den Aal! Ich erschicke! Der eine Kröchterschlag am Schluss! Achtet mal auf den! Am Schluss, Bruder! Er hat so gepanickt! Er hat so noch zugeschlagen! In die Luft, Digga! Der hat einfach Commander Krieger als letztes Video über 100.000 Klicks getroffen! Ach du Scheiße! Sind wir noch live? Wo ist der Chat? Was ist los? Bruder, hallo? Droppelt Frahme, Alter! Hab ich leck! Droppelt! Droppelt Frahme, Alter bei mir! Droppelt Frahme! So erinnert ihr? Droppelt Frahme! Solution, Junge! Das ist doch GTA! Monta, wie läuft's mit Reddit? Realtalk, ich werd deine Donation einfach nicht befordert! Nee, wer ist ready? Ihr denkt, ich bin lost! Bruder, Knossi ist andere Liga! Was geht's da? Hab ich nicht verstanden! Der hat auch mehr Viewer! Seht ihr? Ich sag's euch immer, Chat! Der Sprachautismus nimmt exponentiell zu der Viewerzahl hin! Deshalb kriegt's Monta auch nicht hin, einen deutschen Satz am Stück zu sagen! Ist einfach so! Vertrau mir! Wählen wie ein Hund, dann wird gönnt die Slot! Wuh! 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 Ich bin vom Wartungsdienst und wollte nur mal deine Mods testen! Hat geklappt, die funktionieren top! Ich komm dann zur nächsten Kontrolle Ende September wieder! Der war gar nicht schlecht! Gar nicht schlecht! Woh! 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 Aufgewachsenen Raststadt! Woh! 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 Was war denn da? Was hat Knossi da eigentlich für einen geilen Nobelchair Digga? Mit seinem Logo und an der Seite Gold? Bruder! Wenn ich Nobleshare frage, ob ich einen Stuhl haben kann, der ist erstmal einer bei WhatsApp. Du bist richtig, Alter. Kabit. Halt Spaß. Ich verlos die lieber an den Zuschauer. Die schmeckt doch, Alter. Muttermilch? Muttermilch, äh... Muttermilch schmeckt viel intensiver wie normale Milch. Ich glaube, wir haben ein paar heiße. Das weiß ich von irgendeinem Kollegen, der das mal gesagt hat. Hab da nicht selber dran gehen können. Das ist Nachbar. Ich kann mich nicht mehr dran bilden. Ich hab diesen 13. Was geht denn hier drauf? Es schmeckt intensiver, aber trotzdem, wie soll ich sagen? Wässriger. Buongiorno. Buongiorno. Guter Signore Restaurant. Lol, die Tauben da sind echt. Ich dachte, die sind D- Go, Bro. Hat der ja gerade irgendwelche Instagram-Posen nachgemacht. Das geht ab. Nee, das wird irgendwo hochgeladen, Digga. Sorry, Ice Cube, dass du ein bisschen nass geworden bist. Einer der größten Streamer Deutschlands Chat. Was auf der linken Schulter sieht aus wie ein Fussel. Kannst ihn bitte wegmachen? Geed, und falls du jetzt gecheckt hast, ob da was ist, you got your iPad. Dann fahren wir nach dem... Digga, was ist das für eine illegal geile... Lache, Dinger. Dann fahren wir... Ich hab GTA geguckt einige Nächte bei, wie heißt er vom VfB Stuttgart? Sydney! Da hab ich echt Lust gehabt, dass ich das, aber soll ich mal, soll ich Rollenspiel machen oder was? Außer mit der Frau? Für euch auch? Ah, der Jens ist rasch, das hier. Ey, wenn mich noch eine... Oh nein! Jetzt Rakete, jetzt, Rakete, 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 Rakete! Sydney, guck mal. Nein, warum? Mods oder Zuschauer, bitte die letzte Session von Monte, seine letzte Mario Kart Session, wenn das irgendjemand hochgeladen hat oder Monte selber hochgeladen hat, bitte ich brauche einen Link. Das müssen wir uns im nächsten Stream angucken. Digga, wo dieser Typ mit 500€ Kuss in der Lobby war, ich schwör's euch, ich würd mein linkes Ei geben, das nochmal zu sehen. Das war so witzig. Hey, ich hab mich kurz gelacht gestern. Das war der schönste Abend meines Lebens, Digga. Das war so schön. So geil. Hey, Laura. Ja? Ich hab da was für dich. Und zwar würde ich dich zur Beobachtung gerne noch eine Nacht hier behalten. Das kann ich nicht sagen. Wie alt bist du? Jetzt. Auf dem Dach? Ja, wo wir gekippt haben. Ja, wo wir gekippt haben. Was haben wir? Hä? Mein Internet ist grad ganz schlecht. Ich hör dich ganz schlecht. Ich hör dich ganz schlecht. Hallo? Also hier. Was hast du gesagt? Wir haben ja nicht mehr gehört. Das ist ein bisschen viel. Neu ist zehn. Guter Mann. Qualität hat ihr Kreis. Ich hab auch Frauen und Kinder. Und jetzt? Digga, Deutschland ist in den meisten Teil Deutschlands einfach so dermaßen Deutschland. Deutscher geht's doch gar nicht. Lass sie sich jetzt auch echt da hinstellen und winken. Das waren Gegner. Die konnten nicht mal geradeaus hinfallen und weiterrollen. Mann, Chad, ich bin doch nicht der Druck! Ich schwisch die Kehle! Hä? Geht mir nicht auf die Eier! Mann! Die haben doch keine Lernkorbe. Ne, haben die auch nicht. Das sind so Leute, die bei Papaplatte Omegalul rein spammen und das auf Hotkey haben. Digga, was erwartest du? Sorry, Chad. Ich wollte euch nicht als Papaplatte Zuschauer beleidigen. Hier der Witz. Na, Witz kann ich dir leider nicht bieten, aber du kannst einfach deinen eigenen Stream aufmachen und da hast du schon den Witz. Da wirst du auch, wer im nächsten Paraplatte Musikvideo nicht dabei ist. Guss! Du meinst so ein ähnliches. Da wollen wir Marys auch blockieren. Der kriegt ne Antwort von mir. Hahaha, du bist auch so ein witziger. Hahaha. So. Zerstört, Vorhaut genommen, Leben genommen, Ehre genommen, alles genommen. Was ruft ein Kurde? Ich glaube, der hat die Definition von Ehre genommen nicht verstanden, der liebe Knopf. Ich bin ein Pirat. Kein Land in Sicht. Hahaha. Dann haben wir hier einen Lamborghini. Der hat mich so böse abgeholt, Digga. Hahaha. Ich kann ihn auch. Ich kann ihn immer noch. Ich kann ihn immer noch nicht endlich. Haha. Ich kann ihn nicht carry. Ja. 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 Hahaha. Hahaha. Halt's Maul, Digga. Der ist so gut. Jaja, den hab ich schon wieder verdreckt und vergessen. Hahaha. Digga. Der kam einfach, Bruder. Da kam ein schlechter und ein flacher, der nach dem anderen. Und auf einmal kommt diese Perle. Diese Perle von Witz reingeschallert. Ohne Vorwarnung. Da her... Einfach nicht gerechnet Bruder. Puh. Alter. Mann ist mir warm gerade geworden. Wenn Kinderschokolade so ausgesehen hätte, ich hätte sie nicht gekauft. Also. Deswegen haben deine Eltern dich auf Madeira geschickt. Verstehste? Dass sie ihre Ruhe von dem Kind haben. Weißt du, bevor ein Kinderheim geht? Schick den doch rüber auf ne Insel. Obwohl sich keiner dran stört. Was will der Rentner, Digga? Pass mal auf, dass du kein Herzinfarkt bekommst, Diggi. Von einem 17-Jährigen, Ruhe. Da könnte mein Opa sein, Bruder. Also ich finde das nicht okay, dass ich mir so beleidigt werde von diesem ehemaligen Model für Kinder-Schokolade. Zumindest ist er angetreten für Kinder-Schokolade. Dass er nicht genommen wurde, ist ja auch selbsterklärend. So, von Marcel bisschen wieder kommt Liebe, Ruhe. Bruder, Erik hätte ich mir dann nicht gekauft. Das war Erik genommen. Digga, ich dachte erstes wäre Knossi, ohne Scheu jetzt. Ich hab das gesehen, ich dachte erstes wäre Knossi. Ja, über Retalk dachte ich aufm ersten Moment auch. I feel like coffee is something. So, im ersten Fragen. Oh Gott, im Himmel, zeig mir den. Oh, den hast du nicht reingenommen. Oh, du Sau! Er ist so groß und rund. Daddy nimmt ihn in den Mund. Lachen nicht so hässlich. Du, Lina, immerhin bin ich nur beim Lachen hässlich. Okay, Bruder. Der war 10 von 10. Und Daddy nimmt ihn in den Mund. Lachen nicht so hässlich. Du Lina, immerhin bin ich nur beim Lachen hässlich. Ich weiß nicht, wer ihm demnächst bei Instagram nicht in die DMs leidet. Das ist einer dieser Twitch-Streamer, bei dem die Jugend hochschaut. Er spricht den Slang. Du weißt schon. Das f***t me up. Was sind so die Wörter, die er immer sagt? Anceli, imagine, Alter. Aktuali, Alter. Actually, imagine? Aktuali, Jungs! Ton unscharf. Ups, sorry. Kann er kein Englisch oder will er kein Englisch kennen? Wieso? Was ist denn mit dem Ton? Bruder, sogar ich mit meinem Mini-bisschen Englisch kann das richtig ausdecken. Hallo, eins, zwei, drei? Wack, die Robbe. Wack, die Robbe, Wack, die Robbe Wack, die Robbe 해주iert Pan ... few timesk ETaht見 ETaht espa Woher war das grad unangenehm? Ich wollte kurz stolz sein. Mach deinen Tanz! Das Video war gerade ein wilder Banger. Das war teilweise besser als das ein oder andere hungriger Hugo Video. Das war eine richtig geile Compilation. Kuss geht raus an Hugo. War wirklich Baba. War wirklich gut.